Hallo, mein Name ist Jens Strattmann vom Autohaus Burmeister aus Parchim und heute möchte ich euch den neuen Gebrauchten vorstellen. Das ist hier ein Ford B-Max in Ausstattung Titanium. Das ist ein kleiner, wunderschöner, höher gesetztes Auto mit einem 1 Liter Motor mit 101 PS. Er ist vom Baujahr 2017 und hat 75.000 Kilometer gelaufen. Das heißt, er wurde also jedes Jahr ordentlich bewegt, ist gut eingefahren und preiswert daher auch. B-Max, was heißt das? Die Leute, die sich damit auskennen, wissen das. Ich mache mal einmal die Tür auf. Das ist das Highlight. Das ist das vernünftige Ein- und Aussteigen. Ich mache mal die hintere Tür auf und Sie sehen, das Auto hat keine B-Säule. Man hat also genügend Platz zum Ein- und Aussteigen, auch für ältere Leute, auch für eine kleine Familie, wenn die Kinder mal hinten aussteigen wollen, wenn es beim Parkplatz ist. Also man hat keine Angst, dass die hintere Tür gegen ein anderes Auto gegenkommt. Und die Freiheit zum Außeneinsteigen ist natürlich enorm, bequem, alles vernünftig. Titanium-Ausstattung. Das Auto hat noch 16 Zoll Alufelgen. Und wenn wir jetzt einmal in den Kofferraum reinschauen, sehen wir das. Das reicht aus, um kleines Gepäck immer mitzukriegen. Man muss immer wissen, wofür man das Auto nutzt. Und das Schöne ist natürlich der ebene Ladeboden. Man hat kein, wenn man was einlegt, keine Probleme, irgendwie was zum Reinen und Raustag. Unterhalb kann man auch noch ein bisschen was verstecken. Also reicht das auch aus für so ein Auto im Kofferraum. Wir haben gleichzeitig bei dem Auto noch vorne und hinten Parksensoren. Das heißt, wenn man in den Parklücken reinfährt, kriegt man immer die akustischen Signale. So, denke ich mal, ist es ein kleines Auto, schnittig für die Stadt. Aber auch natürlich kann man damit auch größere Fahrten damit machen. Wir gucken gleich einmal rein ins Auto rein und wollen mal schauen, was er noch weiteres zu bieten hat. Und dann kommt mal mit. Wir steigen mal ein. So, jetzt sind wir drinnen angelangt. Ihr seht, ich bin auch sehr groß und man hat genügend Platz im Auto, so dass man auch bequem sitzen kann und auch für weitere Fahrten das Auto nutzen kann. Was hat das Auto noch zu bieten? Das Auto hat natürlich das Winterpaket von Ford. Das heißt in diesem Fall eine beheizbare Frontscheibe. Fahrersitz und Beifahrersitz sind beheizt. Er hat eine Klimaanlage, hat eine Freisprechanlage mit bei, so dass man die wichtigsten Sachen fürs Auto wird. Fensterheber, Spiegel sind elektrisch verstellbar. Wenn euch das Auto interessiert, ihr Interesse hat an einem solchen Auto, meldet euch bei uns, macht eine Probefahrt, schaut einmal rein. Vielleicht können wir euch auch ein anderes Auto anbieten und wenn der B-Max gefällt, bekommen wir das auch hin. Ruft uns einfach an. Euer Autohaus Burmeister. Die Spiegel sind. Sie sind auch ein Eiimpolen. Alle einem wilden Unterholen wenn wir das Auto toim trip können und Ich will euch pros bei mir vorstellen. Ich will euch mal져 auch mal rein.